Bis heute ist der Name 1. FC Kaiserslautern mit vielen Erfolgen verknüpft und so mancher Spitzenklub zitterte beim Gedanken, auf dem Betzenberg spielen zu müssen. Berühmt für seine legendäre Stimmung erlebte das Fritz-Walter-Stadion viele große und großartige Spiele, aber auch die ein oder andere schmerzhafte Niederlage. Und ihr wart immer an unserer Seite. Der Sommer war aufgrund des Abstiegs geprägt von einem sehr großen Umbruch in unserem Kader. Wir haben uns bewusst dafür entschieden, auf junge Spieler auch aus unserem eigenen Nachwuchs zu setzen. Wir sind davon überzeugt, dass eine nachhaltige Kaderplanung versehen mit langfristigen Verträgen für Leistungsträger, aber auch unsere eigenen Talente, die richtige Entscheidung für unseren FCK ist. In dieser Saison haben bereits Spieler wie Lennart Grill, Carlo Sigginger, Lukas Gottwald, Toni Jonic oder auch Dominik Schad bereits gezeigt, dass Vertrauen in diese Spiele absolut gerechtfertigt ist. Diesen Weg wollen wir konsequent und nachhaltig weitergehen. Wir sind wirklich davon überzeugt, dass wir sportlichen Erfolg und eine hohe Identifikation für unsere Fans erreichen können. Jeder von euch kann dabei helfen. Die Crowdfinanzierung auf Capilendo ist schnell und einfach. Ohne Depot und ab einer Investition ab 100 Euro bekommt jeder von euch die Möglichkeit, die Zukunft der Roten Teufel aktiv mitzugestalten. Auch im Bereich Finanzen haben wir einen klaren Plan. Derzeit bauen wir den FCK um, damit er finanziell auf einer soliden Basis steht. Dafür benötigen wir Zeit. Und Zeit borgt man sich am besten bei der Familie. Deswegen bitte ich euch heute um eure Unterstützung. Schenkt dem FCK euer Vertrauen. Es wird euch mit 5% Zinsen belohnt. Unser Nachwuchs ist stark. Unser Wille ist groß. Gemeinsam sind wir unzerstörbar. Gestalte die Zukunft des FCK aktiv mit und investiere jetzt.